Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Ich war den Mund voll und zwar hatte ich irgendwie Bock, mega Bock auf Schokolade und habe bei mir im Vorratsschrank noch einen Schoko-Oster gefunden, von diesem Jahr noch. Aber der hat sich halt gehalten, ist vielleicht ein bisschen weich, aber schmeckt ganz gut. So ein ganz kleiner, ich esse ihn mal eben kurz auf. So. Hm. So. Da. Hey. So. Hm. Hm. Wie billig war das denn jetzt? Ähm. Warte mal. Wow. Das heißt, das gesamte Gespräch von letzter Folge war jetzt für einen Arsch oder was? Nur weil dieses Spiel einfach zu blöd ist, mal an den richtigen Stellen zu speichern. Das halte ich ja für nicht so gut. Na. Jetzt habe ich die Fresse voller Schokolade. Hm. Mach. So. Moin. Batman. Wir sind leichte Beute. Wir werden alles... Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Warte mal. Wieso gönnen wir uns das hier eigentlich? Kann ich das nicht skippen? Alles was zählt ist, dass ich verhindern kann. Nein. Kann, dass die Pflanzen die Insel... Mann. Aber. Es gibt immer ein Aber. Es gibt immer ein Aber. Oder? Wo halten sie Killer Croc? Ich habe eine Tür in der Kante. Das... Ah. Okay. Haben wir jetzt mit Cash geredet. Ähm. Ja stimmt. Wir müssen ja zu Killer Croc und diese komischen Pflanzensporn sammeln. Damit wir Ivy aufhalten können. Scheiße. Was hat er jetzt gesagt? Verdammt. Intensivbehandlung, ne? Warte mal. Warte mal. Ich bringe über die Intensivbehandlung in Killer Crocs Versteck ein. So. Äh. Achso. Wann bin ich blind? Da ist es doch. Wo sind wir denn gerade? Ja. Das heißt wir müssen nach Arkham Nord. Okay. Ja. Danke. Habe ich mir gerade auf der Karte schon angesehen. Dann machen wir jetzt einen geschmeidigen Abgang, wenn ich wüsste wohin. Weil die machen es einem hier nicht gerade leicht zu entkommen. Hey. Achso. Ich dachte jetzt kann ich wieder in irgendeinen Ort oder so. So. Boah. Bin ich froh, wenn ich dieses Pflanzengedöns hier mal los bin. Weil das ist ja entnervig. nicht. Ne. Da komm ich ja gar nicht hin. So. Da. So. Jetzt lass mich bitte nicht runterfliegen. So. Jetzt lass mich bitte nicht runterfliegen. Killer Croc. Oh scheiße. Oh mein Gott. Naja. Äh. Wo kann ich denn jetzt lassen? Das fackt ja schon ein bisschen ab. Ne. Mit den Sporen hier. Hä. Boah. Ich bin wie so ein Goldfisch. Ne. Einmal gegen die Scheibe gesprungen. Dumm. Und mach das nochmal. Weil vergessen. Hä. Bin ich bescheuert? Von wo? Ach. Warte mal. Von da kam ich doch. Ne. Oh. Ich bin so ein Trottel. Vielleicht sollte ich auch mal über den richtigen Weg rausgehen. Und nicht versuchen über den Weg zu gehen. Wo man garantiert drauf gehen wird. Ist das anstrengend hier. So. Aber wir haben es echt schon spät. Die richtige Position im Leben. Warte. Wird das Rätsel übrigens mit diesem Raum speziell? Wahrscheinlich nicht. Oder? Ne. So. Wir haben acht Gegner. Lief mir nicht noch irgendwie ein paar von diesen Irren rum? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Scheinbar. Scheinbar. Haben diese Kackpflanzen. Ich bin so. So. Was hab ich gerade gesagt? Arkham Nord. Ich dachte ich habe das Finden leicht gemacht. Aber das stimmt wohl nicht. Boah. Musste ich mich mega hart ins Zeug legen. für. So, diese blöde Pflanze mache ich lieber, wenn ich da von oben komme. Oder ich glaube einfach dran vorbei. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Seitdem diese komische Pflanze sieht mich jetzt hier kommen. Äh. Ah. Diese Pflanze hat mich nicht kommen sehen. So, wo ist die andere? Es gibt keine andere, oder wie, oder was? Äh, waren hier nicht zwei? Doch, wollte gerade sagen. So, jetzt sind wir diese Pflanzen auf jeden Fall los. Arkham Nord. Hier bin ich richtig. Halt mal. Kann ich hier nicht lang? Obwohl, wahrscheinlich muss ich da jetzt sogar lang, weil diese Tür dicht ist, oder? Nein. So kann man sichern. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Was soll denn hier sein? Erstmal wieder unser Videospiel auspacken. So. Ein Tonband. Wie geil. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 7. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Kunzer, ich weiß. Ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeer. Egal. Ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc. So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand lässt die andere unten. Naja. Ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Goss-Hand-Song. Äh. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade so keine Ahnung, was er damit meinte. Oh, Wettler-Trophäe. Und ein Upgrade. Upgrade, Leute. Upgrades. Oh, von hier aus hätte ich... Wow. Von hier aus hätte ich jetzt reingekonnt, oder war das das Gleiche? Was soll's? Wir nehmen uns tatsächlich mal Leben, weil ich kriege dann doch irgendwie ein bisschen hart auf die Fresse hier und da. Ja. Hm. Okay. So. Wo geht's lang? Ähm. Nee, da nicht. Da unten. So. Ich habe gerade schon gesehen, das sind ja Gegner. Hm. Wo bin ich da? Ja. Ihr könnt euch jetzt darauf ein Eis backen. Ich kann ja theoretisch weiter. Na, wobei, ich will mal nicht so sein. Oh, so ein Steak wäre jetzt echt nicht schlecht. Hier bringt mich auch ganz schöne Gedanken. Ich freue mich aber auch Hunger. Aber es ist mitten in der Nacht. Eigentlich wollte ich lieber auch schlafen, als mir jetzt noch was zu essen zu machen. Ich wollte eigentlich noch ein Ründchen Batman aufnehmen und dann, äh, wollte ich eigentlich schon pennen gehen. Nein. Du hast meine Kombo versaut. So. Abmarsch. War doch richtig der Weg hier, oder? Fuck. Warte mal. Ja. Oh Gott. Das war immer wieder klar. Batman. Oh nein. Batman, jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen. Ich kann nichts tun, um die Hände zu gehen. Da war ein Scharfschützer auf dem Dach. Wenn der da raufgekommen ist, dann fähre ich das auch. Oh nein. Bleib mir los weg mit der Scheiße. Warte mal. Ich... 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 Sieh mal... Nein, nein, nein. Das war eine Scheißidee. Moment. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ich muss irgendwie ein bisschen Höhe gewinnen noch. So, wo zielst du? Komme ich noch irgendwie ein bisschen höher? Ich muss da ja offensichtlich hin. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you, Alter. Wie unbesiegbar bist du eigentlich? Ja, Alter. Wenn der mich jetzt erwischt, bin ich am Arsch. Ey. Hätte ich das Leben jetzt nicht gekauft, wäre ich draufgegangen. Aber das ist doch lächerlich. Kann ich das nochmal machen? Ich habe ja nichts eingesammelt hier. Ne, warte mal. Wo starte ich denn jetzt? Doch, von da, ne? Ja, 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 ja. Machen wir das mal richtig klug und gehen einfach mal da lang, wo uns der Sniper überhaupt nicht sehen kann. Das wäre wahrscheinlich auch eine ganz kluge Idee gewesen, ne? Aber irgendwie war ich zu doof dafür. Seht ihr? Obwohl, komme ich da jetzt irgendwie hin? Naja, das war vielfältig schon mal besser, als direkt, äh, da, äh, ähm, direkt auf ihn zuzurennen und da drauf zu gehen. Aber komme ich denn jetzt, wie komme ich denn jetzt hier rauf? Ne. Warte mal. Ne, da geh nicht. Das geht nicht. Was habt ihr euch denn da gedacht? Obwohl, warte mal. Ich bin ein Idiot. Ich habe doch den Seilwerfer. Ich kann auch da drauf. Warte mal. Kann ich? Äh. Warte mal. Hinter mir ist irgendwie nichts. Ne. Okay. Ich habe den Seilwerfer vergessen. Machen wir das nochmal. So. Gehen wir mal da rauf. Wow. Halt, 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 halt. So, mein Freund. Okay, du Bastard. Das hast du nicht umsonst gemacht. So, jetzt geh endlich drauf. Oh, diese Sniper in diesem Spiel sind doch einfach Götter, wirklich. Die sind Götter. Die können dich von überall aus sehen. Die können dich jederzeit sehen. Und die machen so viel Damage. Das ist so lächerlich. Meine Fresse. So, endlich da. Oh, mein Gott. Wartungszugang. Wollen wir hier ein kurzes spüren? Ist ein bisschen laut? Okay. Yo. Ich sehe seismische Aktivitäten auf ganz Arkham 1. Geht's dir gut? Ivys Pflanzen übernehmen die Kontrolle. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die Insel vollständig beherrschen. Ich weiß nicht, war das jetzt der... Äh. War das der Plan? Muss ich hier lang? Ich will die Trophäe. Okay. Das hat sie ja schon mal gebracht. So. Dann gehen wir da hin. Da ist dann ein... Moment. Okay. Ich glaube, weiter kommen wir hier nicht. Also nicht, dass es was bringen würde. Das fand ich eigentlich damit. Oh Gott. Was haben wir denn da? Ein paar bewaffnete Typen. Die uns ans Leder wollen. Ans Bad Leder. Und sie haben die Wasserspeier-Familie. Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff schon platziert? Jawohl. Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut. Testen wir sie mal. Nein. Nein. Ich bin doch hier. Ah. Das heißt, Wasserspeier sind für mich tabu? Das heißt, Wasserspeier sind für mich tabu? Das heißt, Wasserspeier sind für mich tabu? Warte mal. Warte mal. Das heißt, Wasserspeier sind für mich tabu. Und dann können wir runter von dieser Freak-Insel. Glaubte ich. Warte mal. Der hatte jetzt aber keinen dieser Heilsbinaren, oder? Ich habe da jetzt gerade nicht drauf geachtet. Der Boss konnte leicht fliegen. Bad Leder ist ein Valera. Schon wieder hat er einen erwischt. Du hast Joka gehört. Äh. Worin zu ist lang? Warte mal. Halt. 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 Kann ich das hacken? Nee, von hier aus kann ich das nicht hacken. Auf jeden Fall zeige ich mich jetzt, weil du es so wolltest. Was dachtest du denn, was passiert? Verdammt nochmal, dass du jetzt dann nicht weggehst, ne? Das ist ein bisschen Scheiße. Warte mal. Wo ist denn der Schallbettering? Bomben, Freiheit! Und so revanchiert ihr euch? Ganz egal, was ihr euch anstellt, ihr habt es verdient. Stellt denn keiner das Ding ab? Mann, dann gehe ich eben. Was zum Teufel ist das? Oh oh. Zeit zu werben, Batman. Er ist hier drüben. Nein, du sollst da rein. Oh, du Volltrottel. Oh, fuck. Okay. Und da siehst du mich jetzt. Wow. Nein. Fuck you. Ey, wenn die dich einmal im Visier haben mit ihren Scheißknarren, ne? Dann, keine Ahnung, überschreiten die Staatsgrenzen, um dich zu bekommen. Der Anfang war nicht schlecht. Ich war nur zu blöd. Hey, der hat doch diese Selbstmordmanschette da um. Bist du dir sicher? Ja. So? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht. Das ist alles. Ich will keinen Ärger mehr. Du kannst es fast fertig und dann können wir runter von dieser... Hä? Ich gehe um ihn rum. Ey. Fickt euch doch alle. Sag mal, was ist denn los mit diesem Level hier? Ich bin aber auch so unkonzentriert. Aber ganz im Ernst, dass der jetzt da einfach runter... Auf ihn draufsteppt, damit habe ich jetzt natürlich auch nicht gerechnet. Oh, Mann. Okay, dass ihm das nicht aufgefallen ist, ist nicht schlecht. Was bin ich denn hier eigentlich? Ah, ich bin... Ach so, ich bin wieder in der... Ach so, okay. Bist du dir sicher? Ja. Was glaubst du, was passieren wird? Ah, Mann, ey. Das kommt nicht, das ist alles. Ich will keinen Ärger. Ist das alles ein ärgerlicher Scheiß hier. Da können wir runter von dieser Freakinsel. Glaub ich. Die Lobby der Intensivbehandlung. Hat die Pflanzenlady nicht gute Arbeit dabei geleistet, hier alles wieder zu neuer Blüten zu bringen? Mann, wenn Batman bei Verstand ist, ist er schon lang von der Insel runter. Ihr könnt nach Wüsten gehen und die Gehwege kontrollieren. Geht einfach immer weiter. Ihr habt den Bostel gehört. So. Oh, oh. Ah. Ah. Mach auf, hör auf. Mach auf. Was machen wir jetzt? Findest du oder will dich in die Hand? Handtuch. Edmund, kannst du mit... Es ist gleich mal, es ist... Okay, 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 der hat mich entdeckt Weg Okay, das war ein richtiger Fail mal wieder Ich dachte ja, der schaltet den ein bisschen schneller aus Scheiße Scheiße, 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 scheiße Ach so, jetzt könnt ihr eure Ärsche bewegen So, wer bewegt sich? Du? Wer noch? Du auch noch, ganz toll Was ist mit dir passiert? Was machen wir jetzt? Halt's mal und zu weiter Oh Gott Ne Und wer von euch rennt alleine rum jetzt? Ihr rennt jetzt echt in der Dreiergruppe rum Okay, okay, okay Okay, jetzt schnell wieder gehen Äh, wo kommt der jetzt her? Oh Gott, kommt die ganze Bande an, oder was? Ich gebe dir Deckung Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich mich auf dieses klitzekleine Areal jetzt eigentlich konzentriere Dabei ist das eigentlich total bescheuert Ich habe euch gesagt, dass ihr die Fehlermaus stoppen sollt Das ist wichtig Sie ist gefährlich Sie ruiniert sonst alles Aber irgendwie müsst ihr doch mal wieder Euch trennen Sonst Wow, okay Oh Gott Okay Okay, das ist doch ein bisschen lächerlich hier Will ihr mal bitte nicht so aufeinander hocken Obwohl, warte mal Wenn du jetzt die ganze Zeit so bescheuert in die Gegend rumstarrst Ich habe euch alles gegeben Platz Bord Freiheit Und so remanchiert ihr euch Ganz egal, was ihr mit euch anstellt Wir haben es verdient Mann Äh, wo kommst Wo gehst du jetzt hin? Moment Scheiße, wo ist das andere? Warte mal Äh, okay Wo gehst du jetzt lang? Okay, das ist gut Was zum Teufel ist das? Verdammt, Batman Okay, hoffentlich hat er mich jetzt nicht gesehen hier Geht ihr jetzt beide dahin oder nur der eine? Oh Gott, jetzt kommen die wirklich beide, oder? Das dauert Ewigkeiten hier Also das tut mir auch so ein bisschen leid Irgendwie habe ich so ein bisschen Oh Irgendwie habe ich so ein bisschen Mein Mojo nicht Normalerweise Also früher habe ich sowas ja eigentlich immer so auf Anipin bekommen So, endlich der letzte Meine Fresse Ja, jetzt geh du mal hin Ihr habt den Bosch gehört So Ah, meine Güte So Haben wir geschafft Gut, wir schauen uns hier in der nächsten Folge um Bis dahin Bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen Bleibt mir gewogen Haut rein Ciao Tschau Tschau уст Du bist Du bist